willkommen ich habe heute was ganz besonderes für sie und zwar die galetour 4800 check von willie schillig ein prototyp welches auf der hausmesse vorgestellt wurde ein einzelstück was so nie gebaut wurde in z 75 12 merlot rotwein merlot weinrot ja die gruppe hat viele vorteile für sie sie sehen schon wie ich hier drin hängen ich kann natürlich auch normal sitzen sie haben bei den sitzen eine elektrische verstellung ok im oberen drittel noch eine verstellung ok aber sie haben vor allen dingen eine weiche sitzmatte sie sitzen richtig drin sie wollen gar nicht mehr aufstehen und wenn ich dann nach hinten gehe gute nacht nein ich kann hier jetzt das kleine die kleine raster verstellung sehr gut benutzen und jetzt sehe ich nach vorne und es gibt einen papa platz hier ja warum papa platz weil der papa muss die füße hoch liegen nach getaner arbeit und das ist deshalb der papa platz auch elektrisch verstellbar alles können sie hier bewegen wunderbar sie müssen vielleicht noch eins wissen dieses stück wurde nie gebaut weil es zu teuer geworden ist die liege jack wurde erweitert um dieses anbauteil und das beste nein aber das müssen sie halt akzeptieren hier an der außenseite ist ein kleiner transport schaden passiert schauen sie auch das ist verstellbar und deshalb diese macke ist included ist inklusive schöner bezogener ledertisch in der mitte tolle farbe long life leder sehr pflegeleicht männer geeignet und eine garnitur die freistehen muss die schön aussieht wenn sie bisschen luft hat haben sie wollen sie was progressives wollen sie was bequemes wollen sie das besondere 48 0000 check dankeschön und tschüss